Wir haben uns dazu entschlossen, Ihnen hier unsere CD-Ermutigung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und wenn sie Ihnen gefällt, dann hoffen wir, dass Sie sie auch gerne im Shop als mp3 herunterladen, als CD bestellen oder gerne auch weiterempfehlen. Sie finden die CD auf unserer Internetseite unter www.netzwerk-c.de und dann im Shop unter Edition-Netzwerk-C. Übrigens finden Sie auf unserer Internetseite auch ermutigende Zeugnisse und Feedbacks zu all unseren CDs. Und nun folgt der Part 2 unserer CD-Ermutigung. Dies ist eine wunderbar himmlisch inspirierte Klaviermusik zum Entspannen, zum Auftanken oder Meditieren. Eine Musik, die vom Heiligen Geist inspiriert empfangen wurde und bei der Sie Trost und Ermutigung empfangen können. Den Part 1 unserer CD finden Sie in einem anderen Video. Da haben wir wichtige Verse aus der Bibel zum Thema Ermutigung für Sie zusammengestellt und eingelesen, die von eben dieser wunderbar himmlischen Klaviermusik begleitet werden, die Sie gleich hören werden. Viel Segen, Trost und Ermutigung nun beim Hören von Part 2 der CD-Ermutigung. Das ist eine wunderbar himmlisch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020